So meine lieben Freunde der gepflegten Fußballunterhaltung, ich hab was für euch und zwar bin ich nicht nur im Stimmbruch, sondern es gibt auch die OneFootball App hier. Die ist nämlich dieses Mal der Sponsor dieses Videos. Es ist eine Fußballplattform, der eine oder andere wird sie kennen. Wir öffnen die einmal auf dem Handy. Man kann sein Lieblingsteam auswählen, bekommt News dazu und kann auch einzelne Wettbewerbe auswählen, die man verfolgen möchte. Ebenso geht es dann hier in die Spiele, wo man dann sieht, was die kommenden Begegnungen sind für die Wettbewerbe, denen man folgt, für die Teams, denen man folgt. Was natürlich auch super relevant ist, es gibt News, es gibt Transfergerüchte und das sehen wir, wenn wir einmal auf den Homebutton gehen und dann auf die Transfers. Wir haben jetzt nicht die Transferphase, aber es gibt auch Transfergerüchte und wir sehen hier, Barcelona ist gerade auf der Suche aktiv nach einem Stürmer. Wer wird es werden? Timo Werner, Edinson Cavani, Lionel Messi, wer weiß das schon? Auch Ferran Torres ist hier eine Option. Das bedeutet, wenn ihr up to date bleiben wollt, dann checkt auf jeden Fall OneFootball ab. Ihr habt hier den QR-Code im Video, ihr habt unten in der Beschreibung den Download-Link. Da bleibt ihr, wie gesagt, auf dem Laufenden, ladet euch die App runter, ist komplett kostenlos. Vielen Dank an OneFootball an dieser Stelle und damit machen wir weiter mit dem Video. Hallo. Hey, meine Stimme, ne? Ist schlimm. Es ist ganz schlimm. Naja, schöne Grüße an Mo an der Stelle für das Intro und gute Besserung. Ja, wir machen weiter. Also, schiech, was geht? Heute gibt es eine neue Folge, ich bewerte eure Teams. Und ja, heute haben wir ein ganz besonderes Trikot und ich höre schon, es wird eine ganz, ganz besondere Folge. Heute, wie Nummer 8, es ist kein geringerer als, ja, Xavi. Genau, Xavi. Es ist Xavi und wir kommen zum Team der letzten Woche. Das sieht so aus und dazu schreibt Christian für das letzte Team Tonali auf Road to the Knockout upgraden und Theo für Spinazzola. Man müsste dafür noch den Team of the Week Tonali verkaufen. Ja, vielen, vielen Dank dafür und ja, wir kommen zur nächsten Section. Und zwar hier, Replay aus dem Discord, Clip der Woche, I am Crackadat und so weiter, sagt, Jungs, der Ball ist reingegangen, by the way, ist mein Wenigen rot gewesen. Die Frage ist, glauben wir ihm das? Aber gucken wir uns das erstmal an. Schöner Scoop-Turn und ja, sehr nice Arabona. Jetzt müsste eigentlich so eine Mystery-Musik kommen. Geht da rein? Ja? Nein? Was sagt ihr? Was glaubt ihr? Glauben wir ihm? Schreibt es in die Kommentare. So, würde ich sagen, kommen wir zum ersten Team dieser Folge. Und zwar ist das von Mika aka Fekies Vater. Er folgt mir und ist der FIFA-E-Sportler XD. Ja, glauben wir ihm das? Vielleicht wird das der Titel. Glauben wir ihm das? Seit November 2021 bei Twitter. Er schreibt, Hey, I am Community, das ist mein Team. Hab 200.000 Budget. Donnarumma an Trade. Rest Trade. Danke im Voraus. Hashtag schießt dem Hashtag FIFA 22. Und da haben wir im Tor Donnarumma, dann Manasa, Kimpembe, Koundé und Mondi. Im Mittelfeld haben wir Taremi, André und Fekir. Und vorne Corona. Und außerdem noch den guten Casemiro und Vinicius Junior. Ja, ich hoffe, das Video wird nicht geclaimt wegen dem jungen Herren da auf rechts mit den 5 Sterne 5 Sterne. Drückt mir die Daumen. Nabil 11 heißt das Team. 185 ist die Bewertung. Und wir haben ein Teamwert von 340.000 und ein Budget von 200.000. Ja, Teamname Nabil, Teamtrainer, Fekirs Vater und wir haben Nabil Fekir hier im Team mit dabei. Also die volle Dröhnung Fekir. Was kann man hier machen bei diesem Team? Ey, sag mir, ist das allein schon, wenn ich meine Stimme komme, die hier, diese Teamwertung? Ich weiß es nicht. Nein, wir machen auf jeden Fall hier die erste Änderung. Isaac, road to the knockout für Taremi wäre die erste Idee. Was man so machen könnte, dann Valverde für André rein. Dann Yuma, road to the knockout für Vinicius auf dem linken Flügel. Und Manafa upgraden. Das ist ein bisschen teurer, aber lohnt sich. Das ist auf jeden Fall eine deutlich stärkere Karte. Und damit das chemietechnisch passt, müsste man das noch umstellen. Und zwar wie folgt. So sieht das Ganze aus. Und ja, da sehen wir, dass das alles aufgeht chemietechnisch. Und falls ihr da andere Ideen, Vorschläge, Anregungen und so weiter habt, in die Kommentare damit. Und wir kommen zum nächsten Video. Das kommt von Volumatico. Er folgt mir und seit Februar 2019 bei Twitter. Er schreibt. Hey ja ja und alle. Budget um die eine Million. Alles an Trade außer Ginola, Hakimi und Alisson. Ingame öfters 4222. Danke für eure Hilfe und mach weiter so, King. Ja, Dankeschön. Hashtag Schichtum, Hashtag PS5, Schichtube. Und dann schauen wir uns natürlich auch dieses Team hier an. Nämlich. Pau. Meine Stimme. Alisson. Hakimi. Makinos. Dante. Und Hernandez. In der Verteidigung. Im Mittelfeld haben wir einen Kunku. Verratti. Und Ginola. Und vorne Dembele. Fekir. Und außerdem Eja B. Ja, SDFG. Ein ganz kreativer Name mit Ajax Wappen. 186 ist die Bewertung. Und wir haben hier einen Teamwert von sage und schreibe 3,1 Millionen mit einem Budget von ebenfalls einer Million. Was heißt hier ebenfalls? Und ja, wir haben hier einiges an sehr interessanten Rule Breaker Karten. Ginola. GG dazu. Die Frage wäre, was kann man hier machen? Also, Idee wäre folgendes. Man könnte hier Bamba Rule Breakers reintun für Jabi auf LM. Dann Cordoba Hero für Dante. Dante ist zwar eine vernünftige Karte, aber ja, Cordoba Hero könnte man machen. Und dann zusätzlich Chesney ins Tor. Die Inform Karte. Chesney Inform für Alisson. Ein großer Keeper im Kasten. Und damit das passt, stellen wir um auf die 4, 3, 3. Und das sieht dann so aus. Da sehen wir alle auf voller Chemie. Das passt. Und ja, wenn ihr Anregungen habt, Vorschläge und so weiter, dann in die Kommentare damit. Weiter geht's im Text. Denn der Nächste. Warte, ich versuch mal, ob ich nochmal reden kann. Der Nächste. Das geht sogar. Aber dann ist meine Stimme nächste Woche komplett weg. Also, der Nächste. Eise folgt mir seit November 2020 bei Twitter. Ja, schreibt. Hashtag Schishtim. Hey, ja, ja. Und Community. Budget 50.000. Die Bank ist dann Trading. Jetzt spiele ich die 4, 3, 2, 1. Danke im Voraus. So sieht das aus. Gunung und Tor. Dann haben wir hier Quadrado, De Ligt. Außerdem Kunde und Jordi Alba im Mittelfeld. Parejo. Dann haben wir Leon Goretzka und Dybala. Da und vorne Kulusewski, Lars Ricken und zusätzlich Karl Rasko. Ja, Galacticos heißt das Team 186 ist die Bewertung. Und wir haben hier einen Teamwert von 270.000 Münzen mit einem Budget von 50.000. Ja, also, was könnte man hier machen? Man könnte folgendes tun. Und zwar haben wir hier einen Spieler auf der Bank, den guten Nabil, dessen Vaters Team wir vorhin reviewt haben. Der kommt rein für Lars Ricken vorne. Dann Jorente für Goretzka als zweites. Kimpembe könnte man reintun für De Ligt. Außerdem ins Tor Donnarumma für Bounou. Und auch hier, damit das passt, müssen wir umstellen. Und zwar auf die normale 4-3-3-Variante. Das sieht dann so aus. Und auch hier sehen wir alle auf voller Chemie Vorschläge in die Kommentare. Übrigens, dieses Video hat auch noch einen Getränkesponsor, nämlich Wasser. Ich weiß auch nicht warum, aber hier in der Kamera sieht das Wasser einfach noch mal 100 Mal... Nicht mal sprechen kann ich. Also noch mal 100 Mal besser aus als in echt. Und ich brauche einen Schluck, sonst hört das hier nichts. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum, ich habe unter anderem sehr viel gesprochen diese Woche. Und auch eine Diskussion gehabt, eine Debatte gehabt mit einem AfDler, Real Talk. Also, ja, war sehr aufregend. Grüße gehen raus nach Halver an der Stelle an alle, die das mitbekommen haben. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Team. Und das kommt von xFlyRider, a.k.a. Ronaldo, folgt mir und ist nur wegen mir hier. Yes! Aus Berlin. Seit Oktober 2020 bei Twitter. Ja, schreibt. Hashtag Schicht-Team, hallo Jaja, das ist mein Team, Spielelinge 422, die zweite mit Dembele und Garincha im Sturmbudget 500.000. Dann haben wir im Tor erneut den Marokkaner Bounou. Dann haben wir Kappa, Alaba, außerdem haben wir Militao und Mondi. Im Milfeld haben wir hier Vinicius in Form, dann haben wir Kante und Garincha. Und vorne Dembele und Kunku und San Maxima. Ja, The Wurzelich One heißt, dass Team 184 ist, die Bewertung. Und wir haben hier ein Teamwert von 2,6 Millionen mit einem Budget von 500.000 Münzen. Sago und Schreibe. Ja, also, was kann man hier sagen? Es ist ein Team aus La Liga, aus, was haben wir noch? Wir haben die Bundesliga noch mit einem Kunku da vorne, also die Frankreich-Connection eigentlich. Und Garincha, also, was könnte man hier machen? Erstens, man könnte hier Bamba Rule Breaker reintun für San Maxima. Dann Kimpembe für Militao in die Innenverteidigung. Als drittes Makinos für Alaba, bis auf Dribbling eigentlich in fast allem besser als der Österreicher. Und dann Hakimi für Kappa rein auf die rechte Verteidigerposition. Zusätzlich noch Donnarumma für Bounou ins Tor. Genau, und auch hier, ihr habt schon mitbekommen, wie das hier läuft heute. Wir machen das Gleiche wie die letzten beiden Male, nämlich wir stellen um auf die 4-3-3, die Normale. So sieht das Team dann aus. Und auch hier, abgesehen jetzt mal von Vinicius und Garincha, die beide Off-Cam sind, sieht das Ganze relativ gut aus. Position Change ist natürlich immer Off-Cam, logischerweise. Aber ansonsten passt das hier. Das wäre der Vorschlag. Andere Ideen in die Kommentare und wir schauen uns das nächste Team an. Und das kommt von einem Fernsehstar, nämlich Stromberg3010. Er folgt mir und seit Januar 2019 bei Twitter. Er schreibt, hey, ja, ja, das ist mein Team. Budget ist 300.000, In-Game-Spiel, Sanchez im Sturm, Feker auf der 10. Hashtag schießt ich dem Hashtag PS4-Share, beziehungsweise er fehlt der Hashtag. Aber ist nicht schlimm. Kein Problem. Kommen wir zum Team. Hier ist Jidudek im Tor. Der kann sehr gut den Hampelmann auf die Linie machen. Also, falls ihr das nicht kennt, schaut euch mal das Champions-League-Final von 2005. Das ist ein Anzeichen, Liverpool und dem AC Mailand. Maschine dieser Jidudek. Ja, Walker, Rüdiger. Außerdem haben wir Upamecano und Davies. Dann im Mittelfeld haben wir Kunku, Kimmich und Hugo Sanchez. Hanschez und vorne Dembélé, Fekir und Dja Bi. Ja, Enthausen CF heißt das Team. War auch schon mal bei mir mit in der Folge drin in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob letztes Jahr oder davor das Jahr, aber schon lange dabei. Also schöne Grüße auf jeden Fall an der Stelle. Ja, Teamwertung ist 185. Und wir haben hier einen Teamwert von 1,7 Millionen mit einem Budget von 300.000 Münzen. Ja, das ist auf jeden Fall hier das Team. Das ist eure Aufgabe, liebe Freunde. Ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Schreibt eure Vorschläge in die Kommentare. Und ansonsten, checkt OneFootball ab. Natürlich checkt den Discord ab. Ich habe den Link angepasst, falls ihr nicht reingekommen seid. Wegen dem Verify-Ding, was halt eine Spam-Protection ist. Das ist ein besonderer Channel. Dann sollte es jetzt funktionieren mit dem Link. Wenn nicht, dann sagt Bescheid und dann fixen wir das. Ja, das ist das. Wie gesagt, neben OneFootball haben wir hier noch Wasser als Sponsor. Ist nicht verlinkt. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein schönes Restwochenende oder eine schöne Woche. Je nachdem, wann ihr schaut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und in diesem Sinne, tschüss. Musik, 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 te traigo Musik, 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 de la República.